so guten Morgen willkommen zurück zu meinem Lieblingsprozei... Proz... Proz... Projekt Vossacken Wir fliegen jetzt mal hier rein und schießt irgendein Raketeil finde ich gut, finde ich gut finde ich bin ich, bin ich voll dafür aber voll 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 kapiert, voll, weil betrunken und Es kann noch schießen, wie wir feststellen. Okay. Es kann also noch schießen. Diese Scheiße. So, egal, Karl. Hey, ich hab doch... Ach, da kommen ja Flammen raus. Die ich vorhin an einer kleinen Testaufnahme schon feststellen durfte. Ach, ja. Ich traf doch nur auf die Panzerung. Ist ja der Computer an Bord. Yeah. Und wow, nein. Noch so ein Ding. Was wollen die alle von mir? Gibt es irgendwas umsonst bei mir? Habe ich ein Schild mit der Aufschrift Freibier oder sowas? Woh? Woh! Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Kommst du nicht rein? Woh! Woh! Weg, 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 weg. Stirbst du mal? Wieso kommen keine Flammen, wenn das Ding da drüber fliegt, hm? Ich will antworten, ich will sie sofort und ich will keine Abstürze haben. Das ist scheiße, ja, jetzt komm. Jetzt heißt es, ich den Dreck hier mal fertig spiele. Spiel ist gut, ja, ja. Ja, geht's noch? Kill it yourself, warum kommen da keine Flammen raus, wenn das Vieh direkt da drüber fliegt? Au, diese Ziesungen und Raketen sind so scheiße. Also meine, ne? Die Gegner drin haben bessere. Oh, das ist ein... Oh, ich hab nichts... Oh, ja, sehr gut. Ich hab nichts mehr. Nein, wo die? Nein. Aber die Ziesungen und Raketen, die funktionieren so gut. Muss ich sagen, da werden die Ziesungen und Raketen richtig neidisch. Habe ich schon mal ne Superkanone, die vielleicht leer ist, aber... Äh... Ich suche mal ne Minen, aber ich find sie nicht. Die waren doch hier irgendwo... Die waren doch hier irgendwo, bin ich mir sicher. Ach... Moment. Da hin, äh... Bei Controls... Mh... Fick dich. Fick dich. Dann eben auf die Hardcore-Variante. Weapons... Das geht ja im Spiel nicht, ne? Äh... Y... Gut, versuch's mal mit Y... Ich glaub, weil es schnell ich abstützt, wird es beim Rendern irgendwie asynchron. Ist mir auch scheißegal. Ich guck den Dreck eh nicht. Hallo? Warum reagiert jetzt meine Maus nicht? Schön, ja. Ich hab dich auch lieb. Dann reagier halt nicht, du Ma... Hallo? Pfff... Vielleicht hat meine Maus ja jetzt die Güte, wieder zu funktionieren. Ich hab das Spiel ankotzt. Hallo? Ach, was ist das denn jetzt? Ist doch noch alles... Was ist das denn jetzt? Ich kann... Hallo? Warum erkennst du jetzt meine Maus nicht mehr? Fick dich. So, jetzt geht's wieder. Warte mal, warum mir das eben nicht mehr geht. Hier sieht so ein Scheiß aus. So. Y ist sie nicht. Welche Taste ist diese Mine? Ach, ja, ich find's schon noch heraus. Jetzt lass mich doch mal raus, wo die Scheiß Mine liegt. Oh, der stürzt ab. Ist ja der selbe. Okay, Moment. Ich bin tot. Ich weiß nicht, ob ich die gelegt hab, aber... Jetzt hab ich sie auf jeden Fall nicht mehr. Toll. Wie leg ich denn? Ich weiß ja nicht, ob ich die lege. A auf B. Sagst du das doch gleich. Jetzt tritt's das schon wieder ab, ne? Na, jetzt wird es mir nicht mehr stehen. Aber auch nicht. Jetzt juckt das Ding natürlich überhaupt nicht, dass da eine Mine ist. Das lässt sich ja nicht mal treffen mit dem... Die zieht so eine Mine, nein, nein, äh, Raketen. Toll. Treffen sogar, wenn ich... Ja, was? Ach, wo kommt das schon wieder her? Scheiß Drecksspiel, komm. Komm schon. Komm. Nun komm. Jetzt lass ich noch ein bisschen von meinen Mine treffen. Äh, Raketen treffen. Das heißt, ich auch treffen. Nein, diese... Wieso gibt's keine Vernünftigen? Zieh so eine Mine, ey, Raketen. Es gibt kein Spiel, wo das mal richtig funktioniert. Das hat mich schon damals in Battlefield 2 angekotzt. Zieh so eine Mine. Die so Minimum an Radius drehen und dann einfach... Ja, dann sind sie halt einfach... Pfff. Ach ja, der schießt sich den Weg frei, schön. Die Raketen waren auch schon so scheiße. Die haben überhaupt sich null bewegt. Das war einer der Gründe, warum Battlefield 2 so scheiße war. Ach ja, wie soll ich den bitte schon töten? Dem ich ein Leben verlieren zum Beispiel. Ach, sie ist halt kaputt, hast du schon recht. Dann sterbe ich halt, Tom. Ich werde eh gleich da wieder leben. Äh, da will ich hin. So, jetzt darf ich nämlich noch beschissenerere Waffen, als ich schon wieder hinten schon habe. Oh, wie ist das so? Das ist gar nichts mehr. Ach, jetzt kann man noch irgendwo hinten. Na, wunderbar. Ach. Richtig, doch. Lass sie doch mal treffen. Ah, man trifft dieses Viech einfach nicht. Ein Hofer ziehst du ohne Raketen. Ohne die wäre ich echt aufgeschmissen. Das ist sogar Schutzschild, ne? Das ist Schrott. Mein Schutzschild, der hält doch was aus. Das hier hält gar nichts aus. Vielleicht schon im Moment lang hatte ich jetzt Angst, dass von hinten noch welche kommen würden. Das würde zu einem Spiel passen. Ist das nicht ein Leben? Ich glaube schon. Ich glaube, das hat das fette Ding vorhin nicht verloren. So, jetzt kommen da wieder welche. Wir schießen erst mal ab. Geh doch mal weg. Ich hoffe, da kommt im Schluss nicht wieder ein Boss, der irgendwie 99% alles Leben braucht. Ich habe viel zu wenig Munition hier. Was? Woher denn jetzt, Schilder? Ja, ja. Stützt du nur ab. Ja, bla, 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 bla. Ich habe doch noch 36 Hüll. Wo habe ich überhaupt Hülle? Nein, anscheinend bringt die ja gar nichts. Jetzt wirst du die Kulation da, genau das Schild. Naja, fliegt schon vorbei, so, Nummer 1 ist tot, ah, fliegt aber nochmal zu, ach ja, schon klar, komm, geh starten, ah, jetzt stirbt doch endlich, an, was muss ich hier machen, ob ich das anschließen, keine Ahnung, ich muss doch hinten bestimmt irgendwas machen, oder, was, ich muss definitiv nicht den Kristall sprengen, wenn ich hier irgendwo drauf schieße, nö, oh, ich hab das doch gleich, ist ja logisch, da kommt Dampf raus, das muss ja sein, das ergibt so, überhaupt keinen Sinn, aber, und jetzt, naja, ist offensichtlich, was ich jetzt machen muss, ne, überhaupt nicht, bringen würde zurück, wir haben irgendwas aktiviert, also können jetzt wieder ganz zurück, ich stehe vermutlich immer noch nicht da rein, ich stehe vermutlich, das ist so lustig, 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 ach komm, und abschlussig, ey, dieses Spiel ist so scheiße, wer spielt so in Dreck überhaupt, warum ist das keine Fortsetzung da, in Dreck spielt ja niemand, ach ja, tschüss, ich da runterfliege ich wahrscheinlich gleich, ah, ist halt wahnsinnig so aggressiv, boah, wie viel Sinn denn das, ach nein, muss das sein, ah, fick dich, mit was sparen ich jetzt, mit damit, scheiße, ja, klar, ja, warum nicht, wer braucht schon Spawn Protection, komm ich da runter jetzt, oder, hey, jetzt kann ich da runterfahren, keine Ahnung, was ich das soll, aber ich kann es, fahren, ja, fliegen, fliegen, fahren, das war ja derselbe Scheiß, neue Taktik, 1, 2, Nummer 3, okay, geht bald der Tunnel aus, also nicht so weiter zurück, stirbst du da jetzt mal, bitte, wie soll das schon so, ach, ja, Absturz, ja, ja, bla, bla, boah, hab ich mich doch gar nicht bewegt, was hat denn dieses Ding, bitte schon verliebt, oh, ich es hasse, tot, ich hoffe es mal, Mann, ist das nervig, komm, ja, warum hab ich nicht solche tollen Zielsuchen in den Raketen, als sie genauso scheiße wie die sind, hättest du wohl gern was, Arschloch, das kann ich auch schon nicht da durch, das bringt dann auch wieder irgendwie, keine Ahnung was, hier kann man schön ausweichen, und tschüss, sichern, kotzen, zum kotzen, zum kotzen, so, was zur Hölle? Was soll denn der Dreck jetzt da? Wow, 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 ganz toll, hier kann man schon dieses Zielerfasser, warum sind die Levels immer so beschissen gestaltet? Was zur Hölle, wo kommen die her? Hier ist nix, wo kommt nix? Vielleicht in die Luft jagen? Wurde er nicht. Solitär diese Tür versiegelt, warum muss er jetzt das Munitionslager zerstören? Nein, du mich auch, Arschloch! Was ist da rein? Spinnst du wohl? Ach, ich raten, das Wasser ist giftig und tötet mich? Hey, ich hab's gedacht! Das ist wundervilig, total ist nicht recht, Tartel. Och ja, komm, ey! Ich hab das Arschloch entwickelt, wie immer solche Levels. Mann, womit soll ich die bitte schon bekämpfen? Kommt der Panzer bis hier vor? Ja! Oh! Ich kann die Türme sehen. Hätte ich jetzt nen Lace? Ich hab keinen Lace, oder? Nein, ich hab keinen Lace. Was war das jetzt? Oh, der ist schon tot tot. Der ist auch tot. Der stirbt auch. Gut. Wie ich sagte, ganz leicht. Kann ich da durchschwimmen, oder würde ich da... Ach, ich schwimm halt nicht wieder hoch. Böse Panzer, böse Panzer. Warum ist da diese böse, hm? Ich bin froh, dass der sie mir nie wieder ein Spiel vorschlagen darf. So, tschüss. Mann, Mann. Ah, und auf Wasser lässt es unter euch steuern! Warum? Warum ist das ne Spiel nimmer so, dass ich unter Wasser so beschissen steuern lässt? Kommt jetzt los, keiner wird realistisch. Da scheiß ich noch was sonst immer drauf, als erstes. Ha! Aber bei so beschissenen Elementen muss es dann wieder unbedingt realistisch sein, ne? Weil, warum denn nicht? Ähm... Ja, hier ist irgendwie keine Ahnung was. Was ist das? Erklärt's mir sofort. Los! Ich kann auch nicht fliegen. Ich sollte noch nie erlernen, wie man fliegt. Ich fliege nicht gerade gegen den Boden. Oh, nicht mal Munition hinterlassen sie, ey. Und tschüss. Und noch mehr... Sonst geht's auf die Nerven. Und tschüss. Und tschüss. Schild. Auch noch mehr? Ich bin mir nicht sicher, will ich das jetzt schon mitnehmen? Oh. Es war ja nur ein Leben und kein Nachbrenner. Also will ich's gleich mitnehmen. Oh. Oh. Wie sieht's denn aus noch mit neuer Munition? Oh. Und... Das hab ich eben nicht.